Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair cut cute Perfekte Vorlage Hey! Was? Was war das denn für ein Save? What the fuck? Also 99% von allen, die da machen, machen das Auslandsjahr dann auch Viele haben gesagt, dass sie davon auch nicht überzeugt waren, nicht unbedingt Drang haben LOL, Doppelsafe! Nee, doch nicht LOL, ich hab echt Doppelsafe gekriegt LOL Alter, aber der blockt mich! Ich krieg Save, ich seh gar nix gerade! Hallo, ist passiert What the fuck war das denn? Guter Save auf jeden Fall Boah, direkt nochmal reingesaved Was? Was ist denn das? Das sagt er jetzt jedes Mal Das stimmt, Alter Das ist ja nicht das erste Mal, dass er gewusst hat Ich hab das noch nie gehört Ey, wer rammt mich denn da schon wieder? Komplett ins Tor rein Oh LOL Alter, danke wer mich auch immer davor ins Tor gerammt hat Hab ich geplant, Alex, ist alles safe 92% Alex LOL Was? Was war das denn? Never! Ach du Scheiße! Alter, der ist ja richtig am Ausrasten Alter, das muss ich aufnehmen Ich seh nix Boah, Leute Ich hab Epic Save gekriegt Ich hab nix gesehen Ey, ich werd gekickt Nochmal save gekriegt Oh, Alter, was ist mit mir gerade? Brauch verreckt mir einfach kein Boost Ich bin einfach... Nein, mach es doch Oh War jetzt nicht so gut Boah! Wieder save gekriegt, Alter Kein Problem Kein Boost Ahne! Oh, der ist Ablagerung Oh Oh, wie soll ich den rausholen? Aua, raus! Ich hab dafür keinen Save gekriegt Das ist ja wohl verarsche Ach du Scheiße War ein Glückstor in den Oh, ich hab ihn in den Boah! Eieieieiei Alle Fifty-Fifties verlieren wir Fifty-Fifties? Was sind denn Fifty-Fifties? Ja, wenn beide zum Beispiel springen und der Pressschlag quasi in jede Richtung gehen kann Verlieren wir immer Ahne! Ich hab wieder save gekriegt Ey, da ist noch einer Ich krieg ja alles, Alter Der Profi-Keeper Let's-A-Go! Let's-A-Go! I-A-Go!